Hey! Suchen Sie was? Äh, ja, also wir haben dieses Haus hier gesehen, als wir gerade vorbeigefahren sind. Und da sagte ich es zu meiner Frau. Ähm, Schatz, das wäre doch das perfekte Ferienhaus für uns. Wissen Sie, mein Mann arbeitet wirklich viel und braucht dringend mal Erholung. Nicht wahr, Schatz? Stimmt. Ja. Gehört es Ihnen? Nein. Es gehörte einem Oskar Kaufmann. Äh, gehörte? Ist er tot? Keine Ahnung. Der ist schon seit Jahren verschwunden. War ein Maler. Ziemlich verrückter Typ. Hat immer so Schweinkram gemalt mit nackten Frauen und so. Und hat er mir eins gegeben. Haben Sie das noch? Nee, das habe ich weggeworfen. Das kommt mir nicht ins Haus, sagte meine Frau damals. Ja, und plötzlich stand die Polizei hier. Die Polizei? Da lebt man jahrelang nebeneinander und dann erfährt man plötzlich, dass das ein gesuchter Kunstfälscher ist. Hat man ihn dann verhaftet? Nee, der ist vorher abgehauen. Seitdem habe ich auch nichts mehr von ihm gehört. Schätze, Sie werden sich ein anderes Ferienhaus suchen müssen. Danke trotzdem. Dankeschön. Eine Frage noch. Hat er zufällig Verwandte hier in der Gegend? Nicht, dass ich wüsste. Wobei meine Frau meinte, dass auf dem Friedhof hier in Trosa eine Jennifer Kaufmann liegt. Keine Ahnung, ob die miteinander verwandt sind. Aber vielleicht hilft es ja weiter. Danke.